Happy Birthday MD Aslam. Happy Birthday Gulfam Ali. Happy Birthday Lal Muhammad. Und heute spiele ich mal wieder Free Fire und BR Rinky. Ich möchte wieder hier ruhig werden. Viel Spaß. Battle Royale. Battle in Style. Gut. Ich muss ein Kilometer laufen. Ich könnte runtersprungen und hinlaufen. Ich saug mir mal zu lange. Ich fliege lieber hin. Suche mir die Sachen zusammen und dann laufe ich. Ich brauche drei Granaten. Das ist eine Quest. Das war die andere Quest. 500 Schaden, aber das muss ich erschaffen. Das war die Oberfläche. so haben wir erstmal die box hier schnell öffnen zack was denn da kann man schon wieder rein noch ein paar sachen holen ich habe keinen rufsack so jetzt fahrrad 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 Das war's für heute. Ich hab's gesehen. Ich werd mich grad verbinden. So werd ich nicht heroisch. Na gut. Ich sag mal, bis gleich. Okay. Jetzt wird's dir gut rütteln. Die erste wird immer schlecht. Immer. Du musst wahrscheinlich erst wach werden. Und dann wird's besser. Ob, wo wir es hier sind. Schön. Hey, was hab ich gemacht? Ja, ja, ja. Ich hab's gesehen. 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 Was? Freaking Ananas? Wow! Warte mal, 3600. Da ist ein Auto, da ist der. Aber auch ein bisschen weit weg, da ist nicht Gold. Gold ist total ich doch mehr Gold. Okay, ich fülle mir ein Arsenal Key. Arsenal Key. Wow, schon gut ausgerüstet. Ich bin noch in den Rucksack. Okay, Geld habe ich noch voll. Jetzt brauche ich doch den Shop. Ist er hier drinnen? Ein Rucksack, okay. Und da ist er schon. Perfekt. Also noch in den Rucksack, das ist der. Aus einem Gerstack, in den Rucksack. Da ist er das nie mit mit einem Draftat. Und wo war das D jetzt? Ich glaub da hinten irgendwo. Ah, ich mein unter der Brücke da hinten steht immer einer. Ich hab da hinten einen, ich hab da hinten. Oh, war das? Oh, war das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, da hinten sind wir da. Da steht direkt das Auto davor. Oh, keine rote Waffe. Schade. Ja, dann müssen wir mal gucken. Was habe ich hier? Wir haben eine M4A1 und eine... Ach, die Prisant mag ich nicht. Die wechsel ich. Mit... Okay. 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 Was ist lieber hier? Was hab ich mit der hier? F? B-B-Zo? Wieso? Okay, jetzt kann ich laufen. Da wird keiner mehr reinreden. Da wird keiner mehr reinreden. Da wird keiner mehr reinreden. Ich hätte mir anscheinend ein paar Schüsse mehr kaufen sollen. Der hätte ich ins nächste Arcelade reinreden können. Da wird keiner mehr reinreden. Wollen wir mal schauen wo der nächste hingeht. Der nächste Kreis. Schauen wir erstmal hier nach. Okay. 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 Das war's für heute. Double kill! Triple kill! Triple kill! Wadrakill! Dramatische Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Unstoppable Rampage Killing spree! Das war ein Happy End! Und bin ich jetzt heroisch oder nicht? Heroisch, heroisch! Ah, morgen vielleicht? Na gut, danke schön fürs Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ich wünsche euch viel Spaß und auf Wiedersehen! Tschüss!